Ruhrstadion Niemand drin und drum Wer spielt heute hier? Der Geistermeister Flitzt hier noch Letztes Jahr war's doch Da waren wir auch nicht dabei doch Wurden Geistermeister Und Miloš Kanz Jetzt auch nach Distanz Da ist er wieder Der Geistermeister Guck mal Von Patovic Es steht 1 zu 0 Für den richtigen VfL Für den aus Bochum Und das ist der Sieg Und das sind ganz 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 Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt Wir stehen hinter euch Auch wenn ihr uns nicht seht Jetzt haut sie bitte weg die Roten Mainzer